Ich hole den Eimer. Der Eimer ist wieder da. Der Carsten Kotzkübel. Und zwar allein an der Überschrift, da sagt er wieder, Habeck, ich bin der Häuptling von Deutschland. Das ist ein uraltes Zitat, was gerne wieder fehlinterpretiert wird. Und dann steht in dem Video, Carsten Stahl rastet komplett aus. Also, wie soll denn der Typ komplett ausrasten? Der rastet doch in jedem Video aus und schreit irgendwelche Lügen heraus. Mann, der Kübel als Merch. Ich würde den ja gerne rausbringen als Merch, aber sowas kostet. Ich muss von den Dingern 800 Stück bestellen und kann sie nur in Plastik-Silber herstellen. Wer kauft mir 800 Carsten Stahl Kotzkübel ab? Carsten Kotzkübel. Und für was für einen Preis? So ein Eimer mit Versand, so ein Eimer kostet dann ja schon seine 25 Euro. Ja, Vorbestellung könnte ich machen. Egal, wir gehen jetzt in das Video mit Carsten Stahl. Hier, da dreht er wieder durch. Mal schauen, was da kommt. Was ich mache, wie ich es mache, wo ich es mache, machen Sie verdammt nochmal Ihren Job für die Bürger und nicht dagegen. Ihr seid übergriffig, ihr seid anmaßend, wo man heute nicht mehr drüber reden will. Nicht wahr? Ja, alles Schwubbler. Hallo, ich bin's Carsten Stahl, ein Bürger und Vater in unserem Land. Ich stehe hier herrlich in der Sonne. Mit einem ungebügelten Hemd. Der Sommer kommt und es wird warm. Heizen? Nicht nötig. Wir sind am Schwitzen. Aber der nächste Winter wird kommen. Und genauso gewiss, wie der nächste Winter kommt, ist auch Verlass auf unsere Ampelregierung und vor allen Dingen auf die Grünen und Herrn Habeck. Da ihm ja immer wieder was Neues einfällt, in seinem Ministerium des Wahnsinns, hat er jetzt eine neue Idee. Eigentlich, wisst ihr, hier lief früher mal, waren mal Grenzstreifen. Da gab es doch eine Mauer. Und auf der anderen Seite von West-Berlin war es die DDR. Ja, und da gab es einen Überwachungsstaat mit Freiheitsberaubung und mit vielen Regelungen. Und es gab eine Staatssicherheit, die alles und jeden kontrolliert hat. Man hat sich gegenseitig bespitzelt, angeschissen, Familien zerbrochen. Nur um irgendwie wie ein Hofhündchen mitzutun, was die Stasi und diese Regierung damals wollte. Und Herr Habeck ist auf dem besten Weg, genau solche Dinge wieder in unsere Köpfe zu setzen oder versuchen. Relativiert er jetzt die Verbrechen, er relativiert jetzt die Verbrechen des SED-Regimes und setzt das gleich mit den Grünen. Also wie tief muss jemand sinken, um so etwas zu sagen? Die SED hat die Stasi beauftragt, Menschen zu ermorden. Auch im Ausland hat sie gefoltert, vergewaltigen lassen. Kinder wurden in Kinderheime gebracht, wo sie täglich sexuell missbraucht wurden, um sie zu brechen. Vergewaltigung von kleinen Mädchen und kleinen Jungs war ein Teil der staatlichen Befehle, um Kinder zu brechen. Menschen mussten in Folterkammern stehen, wo das Wasser so hoch stand. Es wurde auf Menschen geschossen, die in Freiheit leben wollten. Und das vergleicht er mit den Grünen? Widerwärtig. Absolut widerwärtig. Und damit spuckt Carsten Stahl allen Opfern der SED-Diktatur frontal ins Gesicht. Er lacht sie geradezu aus. Sucht es und versucht, so etwas umzusetzen. Was ich damit meine? Naja, wir werden wahrscheinlich bald eine Heiz starten. Ja, wer hat denn das gesagt? Diese Aussage ist halt... Jetzt schauen wir erst mal, wer... Zitat Habeck will eine... Eine... Will... Energie... Stasi... Absolut unmögliche Aussage. Die Person sollte sich dafür entschuldigen. Okay, das war... Das ist ein Zitat von Mario Vogt. Angeblich. Ja. Thüringens CDU-Chef. Widerwärtig. Widerwärtig, wie der CDU-Chef hier die Opfer der SED-Diktatur verspottet. Was sie bekommen, wenn es so danach geht, was der Herr Robert Habeck möchte. Wenn man von den Menschen etwas möchte, dann muss man sie abholen und mitnehmen und verständlich machen. Damit die Menschen von alleine es verstehen und reduzieren und mitmachen. Diese Maßnahmen, dieser ganze Maßnahmenkatalog und dieser Wahnsinn bis hin zu einem Wir wollen mal alle überwachen. Staat ist unfassbar. Wo denn? Herr Habeck, Sie sind übergriffig. Wenn Sie was erreichen wollen, machen Sie es mit den Menschen und nicht gegen die Menschen. Und die anderen, die da draußen... Jetzt nimmt er auch noch das Vokabular von Friedrich Merz. Das Wort übergriffig, was Friedrich Merz ja gestern im Kontext mit Gendern von sich gegeben hat. Wo ich übrigens der Meinung bin, dass es gar nicht mal so problematisch ist, dieses Zitat. Denn viele Menschen empfinden dieses demonstrative Gendern in den Öffentlich-Rechtlichen schon als übergriffig. Das ist so. Das darf man auch nicht wegdiskutieren, dass man sagt, ja, wie sollen das sein, alles weiße Cis-Männer und Boomer. Das ist halt nicht so. Das ist halt... Die Sprache wird halt verhunzt. Das ist meine Auffassung. Aber dass Carsten Stahl jetzt da sich da ranwanzt, das ist schon dann erbärmlich. Meine Leid, Gentlemen, ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Vielen Dankeschön. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Versteht er sich ja nicht. Bitte sehr. Außen stehen und für die Natur, in der ich hier übrigens stehe, kämpfen, das ist ein guter Gedanke. Aber die Maßnahmen, die Menschen zu nötigen, zu erpressen, zu überwachen und sich... Nochmal den Gesamtkontext. Carsten Stahl stellt sich auf die ehemalige Demokrationslinie, auf den Todesstreifen zwischen West-Berlin und der sogenannten Hauptstadt der DDR, also Ost-Berlin, und faselt etwas von Habeck und der Stasi. Also sagt er, er verspottet wirklich, auch aufgrund seines Setups, die Opfer der SED-Diktatur. Das ist in so vielen Ebenen erbärmlich und schmutzig, was Carsten Stahl hier macht. Dann gegenseitig anscheißen zu lassen und die Behörden damit einzuspannen, solche Dinge hatten wir alle schon mal. Und das darf nie wieder sein. Eine Ideologie kann gut gemeint sein, aber sie kann auch extrem gefährlich werden. Und alles, was extrem wird, ist eine Gefahr. Eine Gefahr für uns alle, für unsere Gesellschaft und für unser Land. Ja, deswegen ist Carsten Stahl so gefährlich. ...mischt sich einfach überall ein. Ist übrigens Partei... ...dieser Kaspar hier. ...übergreifend so? Absolut. ...weil die in ihren Ministerien sitzen und wirklich glauben, sie müssten über uns bestimmen. Ich meine, Habeck ist durch die Gegend gereist. Ja, ich meine, ist das nicht ein Gewerkschafter der Polizei? Was hat denn der jetzt damit zu tun, mit dem Thema? Er erzählt in Brasilien, er sei so eine Art Häuptling in Deutschland. Da kann ich nur sagen, ehrlich, bei Indianern hätte der nicht mal die Pferde gestriegelt. So, also, das ist doch kein Häuptling. Entschuldigung. Das ist unangenehm. Das ist so unangenehm. Und vor allen Dingen hat er den Leuten erstmal gar nichts zu sagen. Das ist unser Angestellter. So wie die Parlamentarier auch. Das sind Dienstleister. Die sollen vernünftige Arbeit machen, aber sollen mich mit Regelungen, die mein persönliches Leben betreffen, Das sind keine Angestellten. Sie haben ein Mandat. Ja gut, Rainer Wendt hat nicht so viel Vertrauen in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Demokratie. Und deswegen kommt immer diese abwertende Aussage, es sind unsere Angestellten. Nein, ist es nicht. Die sind nicht weisungsgebunden. Sie sind ihrem Gewissen verpflichtet. Und das sind Abgeordnete. Sie sind Abgeordnete, nicht Angestellte. Das ist halt Unsinn. Und Carsten Stahl reproduziert diesen Unsinn, weil er in seiner bildungsfernen Schicht, die er dauernd bedient, dieses Stammtischproleten befriedigt. Das ist eine Art sexuelle Befriedigung, die dort stattfindet. Und die Kommentare unter den Videos von Carsten Stahl sind digitale Onanie. Man hat den Eindruck, dass die Menschen damit runtergelassene Hose dort sitzen und dabei an ihrem Glied manipulieren, während sie ihre Pöbelschriften unten drunter setzen. Wenn ich mich erstmal in Ruhe lassen, da haben die in meinem persönlichen Leben erstmal gar nichts. Wohin ich in Urlaub fliege und wie weit ich fliege und wie oft ich fliege, geht dem Herrn Habeck Entschuldigung im feuchten Kehrecht an. So muss man das einfach mal deutlich sagen. Aber die glauben mir, das vorschreiben zu dürfen und das dürfen sie nicht. Und das nimmt hier einen ganz gefährlichen Kurs. Tut doch überhaupt keiner. Also ich bin jetzt auch kein Fan der Grünen und ich finde sie auch sehr oberlehrerhaft und möchte gern erziehen. Aber das passiert doch gar nicht. Das passiert doch in der Form gar nicht. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen wirklich alles konsumieren können. Wir müssen auch realistisch sehen, dass der übermäßige Konsum, den wir hier tätigen, auf Kosten auch anderer geht. Wie zum Beispiel Fleischkonsum. Ich esse Fleisch, aber man sollte sich bewusst sein, dass das vor 50, 60 Jahren nicht üblich war, jeden Tag mehrfach Fleisch zu essen. Dass das extrem schädlich für die Umwelt ist. Das gleiche gilt auch für Urlaubsflüge. Ich bin, relativ wenig fliege ich in Urlaub. Ich bin jetzt einmal in Urlaub geflogen nach Griechenland und vorher, zuletzt vor, weiß ich nicht, 15 Jahren. Aber viele haben dieses Anspruchsdenken, jedes Jahr ein, zwei Mal in Urlaub zu fliegen. Das ist schon ein Problem. Man muss es halt anders angehen. Man muss es den Leuten erklären und es ihnen nicht aufzwingen. Aber dass die Grünen in manchen Bereichen in der Vernunft schon recht haben, das ist ja unbestritten. Also wer dem widerspricht, der lebt fernab der Realität. Was ich mache, wie ich es mache, wo ich es mache. Was ich esse, wie oft ich scheißen hier oder sonst irgendwas. Die ziehen verdammten Scheißdreck an. Machen sie verdammt nochmal ihren Job für die Bürger und nicht dagegen. Ihr seid übergriffig, ihr seid anmaßend. Und ihr wundert euch, dass die Menschen euch anfangen zu hassen und gegen euch sind. Aber wenn wir jetzt neu waren. Wenn jemand so viel Schmutz redet und reinpöbelt, dann entsteht Hass. Und danke der NRW-Lukas für 10 Euro. Danke für den Support. Wir müssen einfach mal, wir müssen mal wirklich mit Vernunft an die Sache rangehen und mal auch Sachen hinterfragen. Ich habe mit Kleinigkeiten angefangen. Ich habe zum Beispiel irgendwann auch hinterfragt, das hat aber auch finanzielle Gründe. Ich habe mich hinterfragt, ich habe immer Wasser mir liefern lassen. Stilles Wasser trinke ich. Und irgendwann habe ich gefragt, was soll der Quatsch? Und dann habe ich mir so eine Kanne hier gekauft. Und fülle die zweimal am Tag mit Leitungswasser. Das ist halt, das spart eine ganze Menge CO2. Wenn alle Menschen statt Mineralwasser Leitungswasser trinken würden, und das ist ja Trinkwasserqualität. Das ist also teils sogar besser als die, also hier in Bremen ist zum Beispiel das Leitungswasser besser als die meisten Mineralwasser. Das, was aus der Flasche kommt, ist eher schmutziger als das, was aus Leitungen kommt. Und wenn alle aus der Leitung trinken würden, dann haben wir mehr CO2-Ersparnis, glaube ich, das dreifache an CO2-Ersparnis, als ein krasses Tempolimit. So ist das halt. Das sind so Kleinigkeiten. Man kann sich auch hinterfragen, muss ich jetzt dort, oder kann ich es mit mir vereinbaren, da jetzt hin zu fliegen? Einfach aus Spaß. Wenn ich irgendwo zum Mittag esse, esse ich die Gemüsepfanne oder das Rumsteak? Das sind Gewohnheiten. Und da muss man halt mal selbst versuchen, aus Vernunft seine Komfortzone zu verlassen. Und am Ende stellt man vielleicht sogar fest, dass man eigentlich gar nichts verliert. Dass das vielleicht auch nur Trotzreaktion ist, dass man glaubt, man müsse das machen, weil das gesund sei. Und im Endeffekt ist es halt vielleicht doch großer Quatsch. Ja, ich hatte letztens ganz bewusst, ich war mit einem Bekannten Essen, der ist Vegetarier, und da habe ich dann auf die vegetarische Liste geschaut und dachte mir, da ist eine Gemüse-Schupfnudelfanne. Und die habe ich dann einfach genommen, weil ich mir dachte, ich habe lange keine Schupfnudel mehr gegessen. Und das war richtig gut. Ich glaube, es war besser als alle anderen Gerichte, die auf der Karte standen. Und man verliert dort eigentlich nichts. Man muss nur irgendwann die Perspektive ein bisschen ändern. Aber dazu ist Carsten Stahl nicht bereit. Der will aus Trotz seinen Kollegen Michael Kurferd so einen riesengroßen Pick-up. Ja. Ja. Und flext damit rum, dass er mit Greta oder sowas trollt. Das ist halt klassisches Primitivverhalten. Und ja, es war nicht Pios. Pios isst auch gerne Fleisch. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute Fleisch essen sollen, sie machen. Man kann aber den Leuten erklären, was sinnvoll ist und ob sie vielleicht mal versuchen, gewisse Gewohnheiten langsam zu ändern. Und hier schreiben alle rein, Schupfnudeln sind noch besser als Gnocchi. Ich finde, Schupfnudeln ist das Beste, was man haben kann. Schupfnudeln sind einfach geil. Neuwahlen hätten, würde da stehen mit dem Finger im Arsch und den könnte man nach Mexiko drehen. Ihr wolltet jetzt durchsetzen, weil ihr genau wisst, was passiert, wenn es Neuwahlen geben würden. Macht mal so weiter, dann habt ihr die bald. Macht nicht richtig. Macht so ein Schwachsinn, Neuwahlen. Die Grünen haben ein stabiles Ergebnis bekommen. Sie brechen auch nicht ein. Also das muss man auch noch mal, ich unterbreche die ganze Zeit, wenn man sich die, jetzt schauen wir doch mal, jetzt mal ehrlich. So, Sonntagsfrage. Schauen wir doch mal die Sonntagsfrage zur Bundestagswahl. Die Grünen stehen aktuell bei 13,5. Und sie hatten 14,8 bei der Bundestagswahl. Bei manchen stehen sie bei 16, bei manchen bei 15. Also zwischen 13,5 und 16 stehen sie. Ist doch kein Unterschied. Infratest DIMAP. 15 Prozent, 14,8 bei der Bundestagswahl. Die SPD ist eingebrochen, die ist stark eingebrochen. Um 7 Prozent. Und die FDP ist auch ein wenig runter, um 3 Prozent eingebrochen. Also, vielleicht ist es einfach nur sauer, dass die Grünen auch ihr Ergebnis halten. Sie haben einen Regierungsauftrag bekommen. Man kann das kritisieren. Ich bin auch zum Beispiel nicht dafür gewesen, dass wir so früh aus der Kernenergie aussteigen. Ja, aber dann muss ich halt für Mehrheiten werben, wenn ich sie nicht habe. Das ist Demokratie. Da brauche ich nicht rumschreien und Leute beschimpfen. Sondern ich muss andere politische Angebote machen und Menschen überzeugen. Und nochmal ganz kurz. Schreibt Duke rein, AfD über 18 Prozent. Die AfD stand vor fünf Jahren auch schon bei 18 Prozent. Macht hier keine Panik. Ich finde es scheiße, dass die AfD 18 Prozent ist. Aber die AfD ist immer dann stark, wenn Unzufriedenheit über irgendwas ist. Das sind Leute, die ins Restaurant gehen, sich das Essen nicht gut finden und aus Trotz dann aufs WC gehen und den Boden ablecken. Und das ist großartig ein Ostproblem, muss man auch sagen. Und die AfD ist eine Ansammlung der Frustrierten. So Karsten Stahl-Typen. Loser eigentlich. Achtet mit den Menschen, Klimaschutz ist wichtig, aber nötigen, erpressen und vorschreiben oder irgendwelche Stasi-Gedanken langsam anwenden. Haben sie euch ins Hirn geschissen oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Und war das jetzt so deutlich, war das wieder zu laut für die ganzen Leute, die da draußen dahinter stehen? Nee, das ist, es macht er wieder, es macht er so, es verhonepiepelt er das, weil er nicht mit Widerspruch klarkommt. Karsten Stahl ist wirklich persönlich immer getroffen, wenn niemand ihm widerspricht. Und sieht das immer als persönlichen Angriff in irgendeiner Weise unsachlich. Aber er ist halt derjenige, der primitiv herumschreit und Lügenmärchen erzählt. Und gerne den zivilisierten Diskurs verlässt. Das hat etwas von Narzissmus. Ich glaube, jemand ist 30% Loser im Osten, alles klar, Tobi. Aber wie jemand findet mal harte, härtere Töne gegen deine Migrantenschätzchen. Was ist denn mit dir los, der sorbische Prinz? Vielleicht musst du einfach mal lernen, wie man sich benimmt. Hier mit deiner Ausländerfeindlichkeit, Migrantenschätzchen. Das ist so AfD-Nazi-Sprech. Dann mach das in einem anderen Kanal und nerv hier nicht mit deinem braunen Müll. Das kannst du bei Karsten Stahl ablassen. So toll finden, sind wir jetzt wieder, Rainer Wendt, ich und noch ein paar andere Rechtsextremen. Oder so eine Scheiße. Nö, ihr seid Prüllaffen. Ihr seid einfach nur die Leute, die rumprüllen und denen unser politisches System am Arsch vorbeigeht. Und die auch gerne unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung Schaden zufügen wollen. Rainer Wendt, Karsten Stahl, Attila Hildmann. Na gut, das ist ein bisschen hart. Der ist komplett abgedreht. Aber das sind halt Leute, die das als Geschäftsmodell erfunden haben oder gefunden haben. Tim Kellner unter anderem auch. Das ist halt Geschäftsmodell. Damit machen sie Kasse. Und deswegen, je lauter, Karsten Stahl hat gemerkt, je lauter er brüllt, desto mehr Klicks bekommt er und desto mehr Geld verdient er. Darum geht es. Es geht darum, dass er sich, oder in den Worten von Karsten Stahl, dass er sich schön die Taschen vollstopft, sich bereichert. Gier, Gier, Geld, Geld. Ich habe ihr das zitiert, das sagt er immer gerne in dieser Form. Gier und Geld, das ist so der Antrieb von Karsten Stahl. So würde ich es einstufen. Wenn ihr wieder labern, wisst ihr was? Ihr habt den Gong nicht gehört. Niemand sagt, dass wir das Klima nicht schützen sollen. Aber wie man das macht, das ist das Entscheidende. Das ist wie mit allem. Alles, was extrem wird, wird gefährlich. Und die Menschen, die uns ansprechen, die haben einfach die Schnauze voll. Kennt Karsten Stahl dich? Ja, Karsten Stahl kennt mich. Passiero, Karsten Stahl hat wegen mir schon mal rumgeweint in einem Video. Weil er meine Kritik nicht erträgt. Und danke, Mary, für die 100 Bits. Ich gehe Karsten Stahl tierisch auf den Sack. Und das ist auch gut so. Damit muss ja klarkommen, dass es auch Menschen gibt, die sich trauen, seinem primitiven Gebrülle und seiner hasserfüllten Bubble entgegenzutreten. Das sind ein paar Millionen. Oder sind die jetzt alle rechts oder auf dem falschen Weg? So wie damals bei den ganzen Maßnahmen während der Pandemie, wo man heute nicht mehr darüber reden will. Nicht wahr? Oh Gott, ist das ein dummes Geschwitz. Das kommt doch mit dem Schwurbler an. Karsten Stahl war ja auch so ein Impfschwurbler. Ja, alles Schwurbler. Wisst ihr was? Fingerkiel. Und die Leute, die den Maul am meisten aufreißen, sucht euch einen Finger aus. Den könnt ihr euch ganz tief in den Haar stecken. Ja, das ist wieder maximal primitiv. Danke, Trigger am Ausrasten. Bei Karsten fühle ich mich buchstäblich getriggert. Ja, er ist der personifizierte Boomer, der vor allem Angst hat. Also Karsten Stahl ist eine sehr ängstliche Person, der mit dem Leben nicht mehr so klarkommt. Alles macht ihm Angst. Veränderung, Reaktion auf Klimawandel, die Klimakleber, letzte Generation, alles macht ihm Angst. Und das will er mit Brüllen, will er es wegkriegen. Das ist ja so, auch im Tierreich, wenn, dann wird dann laut gebrüllt in der Hoffnung, es verschwindet dann. Statt sachlich mit Menschen sich auseinanderzusetzen. Auch wenn ich nicht deren Meinung bin. Ja, er hat sich ja wieder mit diesem Video grenzenlos blamiert und wir konnten jetzt viel darüber reden. Er hat ein 4 Minuten 30 Video und ich habe 23 Minuten darauf reagiert. Man muss es aber auch manchmal einfach sagen, wenn die Bubble primitiv ist und wenn jemand unser Land, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Werte so massiv verächtlich macht und angreift, wie es Karsten Stahl macht, das ist halt einfach gefährlich. Ja, Karsten Stahl sollte vielleicht weniger Angst haben. Ich glaube, ein paar Menschen müssten ihn mal in den Arm nehmen und einfach sagen, ist es gut, Karsten. Du brauchst keine Angst haben. Die Welt wird funktionieren, Karsten. Keine Angst, Karsten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und vielleicht kriegt man ihn so wieder eingefangen, wenn er merkt, dass er keine Angst mehr haben muss. Dass er vielleicht auch nicht weint oder so. Ich glaube, dass er innerlich eine sehr zerrissene Person ist. Mit vielen Ängsten und Schmerzen. In dem Sinne, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und kommentiert fleißig. Und vielleicht mit dem Hashtag Ein Herz für Karsten. Bis dann.